Dieses Video wird unterstützt von Mortal Kombat Germany, Deutschlands größte Mortal Kombat Community. Link in der Beschreibung. Und nun brutal gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Week of Kombat und zwar zu Mortal Kombat 2. Kurze Erklärung. Ich habe in sehr vielen Übungstrainings-Einheiten gemerkt, dass Mortal Kombat 2 die assischste CPU hat, die es nur gibt, was Arcade angeht. Ab Level 5 ist einfach, ja, der liest ja eine deiner Inputs. Du kommst überhaupt nicht weiter. Also ich habe alles in meiner Macht stehen versucht und nichts funktioniert. Mal gucken, ob mein Fatality überhaupt funktioniert, weil manchmal ist das einfach von der Eigenangabe her auch einfach blöd. Aber ich werde versuchen, das Ende von Scorpion dahinter zu schneiden, weil wir es garantiert nicht schaffen. Nichtsdestotrotz ist Mortal Kombat 2 ein fantastisches Game vom Spiel her, aber die Arcade-CPU ist einfach... Ohne Scheiß. Also ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe. Vielleicht war das leichter eingestellt damals bei mir, wo ich war. Keine Ahnung, aber das kann nicht angehen. Das ist frustrierend. Okay, jetzt einfach erstmal Story. Und werden natürlich mit Scorpion machen. Ich werde auch extra schreiben, ja, ihr werdet halt schon am Fun-Play gesehen haben, Arcade-Run bis Level 5, weil mehr geht nicht. Viel zu hart. Entschuldigung, aber... Das ist einfach nicht machbar. Ohne Scheiß. Der CPU, der liest nachher so eure Inputs, dass du gar nichts machen kannst. Du, 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 du... Mortal Kombat! Muss eigentlich kommen. Ah, das ist geil! Ja. Mortal Kombat 2! So, dann wollen wir mal. Eigentlich ist der erste CPU noch sehr verzeihlich. Ihr seht ja, was geht. Aber selbst der erste CPU ist schon hart, aber... Ah, selbst der erste CPU hat mich fertig gemacht. Aber das ist noch alles im Rahmen der Möglichkeit, weil... Hat mir einfach scheiße jetzt bewegt. Ich meine die Schwierigkeit vom ersten CPU. Wenn das jetzt so halten würde, würde ich ja nichts sagen. Kann auch durch die vom Level 2 sein. Oh Mann, das ist doch dumm. Aber hier fängt es schon an, meine Inputs zu lesen. Das ist, äh... Wieso ist meine Hitbox so klein? Ach, scheiße, es war... Scheiße, es war feier. Ich hoffe, wir kriegen es so hin, sonst mache ich mal Multiplayer an und dann versuche ich nochmal viel Teile zu machen. Damit wir wenigstens reingeschafft haben. Damit wir wenigstens reingeschafft haben. Ich glaube, es war eine Knie, jetzt müssen wir das. Finish ihn! Johnny Cage wins! Skorpion... Das war's für heute. Ah, es war wieder Dreieck. Kool-Ao wins round two. Fight. Es ist schon mehr Jumping Game als sonst was. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon. Wow, ne? Reptile, wow Reptile ist hier für den Weg Ach komm Ach komm Ist das nur Liu Kang jetzt, oder was? Oh, leck mich Liu Kang gewinnt Da sehen wir wenigstens ein Sage-Vitality Danke Oh man Liu Kang schon, ey Ja, Level 4, Leute Das sind Skorpien, Mann Ich hab noch nen Teleport Komm her! Tja, Amy kick es nicht hin Runde 1 Also, er kickt ein bisschen Schaden, aber... Wie wird das nicht sein? Boy Also, wenn der CPU sich nicht einmal sperren lässt, er immer Perfekt Block Perfekt, Perfekt, Perfekt Block, Alter Okay, wir versuchen's Runde 1 Runde 2 Runde 2 Runde 2 Ey, dieses Grappen auf einmal, ey, da hast du einfach keine Chance Runde 2 Runde 2 Yeah Wtl 3 Runde 2 Runde 3 Fatality Scorpio Round one Fight Come here Outstanding Get off Get off Nochmal Glück gehabt Round two Fight Excellent Das wird schon gar nicht mal schlecht, das mit der Faust Fight Outstanding Die haben tatsächlich größere Hitboxen Die stehen nicht ganz nah bei mir und boxen mich schon Mal gucken, ob wir es hinkriegen Round one Fight Also das war doch schon mal gar nicht so übel Aber freue ich mich schon ein bisschen Jawoll Fatality Dieser Panner So, jetzt ist aber Ende Jetzt ist aber echt Ende Round one Fight Nein Oh Mann Der macht mich alle Ich glaube Baraka macht uns fertig Wenigstens haben wir ein Fatality geschafft gegen Reptile Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ist das jetzt schon Level 6 Ja, dann hatte ich Glück wahrscheinlich mit Reptile Die laufen so schnell nach vorne Ich weiß nicht mehr Ich habe Level 5 kann ich nichts mehr machen, glaube ich Da kommst du gar nicht durch Das kannst du gar nicht durchspielen Die wollen, dass du das nicht durchspielst Also ihr habt gesehen, ne Ich war hinter ihm Er konnte trotzdem sofort weitermachen und schießen Das ist nicht wahr Alter, die Hitbox Ja, schön Baraka Fatality Wow Oh Mann Ja, komm mal da Mr. Ich Anti-Erdig Äh Wie kann der mich greifen, wenn ich ihn greife Äh, was Hä, was Ja, komm Der wollte das Ich versuch's noch Eine Weile Ne, er steht gleich auf und hat sofort so Prio von Hat den gar nichts, gar nichts abgezogen Gar nichts Das würde ich gegen einen Pro-Spieler von damals spielen, ey Guck mal, ich kick's nicht mal hin In seine Nähe Fucking näher zu kommen Ja, klar, komm mal Nö, das reicht nicht, dass er noch ein Projekt hier hat Er hat auch nie diesen dummen Äh Scissor-Wand hier Äh Aber Aber Leute Ich mach bei gleich Ich glaub, das ist mein letzter Versuch und dann Bei Level 5 ist es vorbei Weiß nicht, diese Reaktion ist Das ist einfach unfair Ich kann nicht mal noch machen Ja, nee, komm Ach, also ich bin nie über dieses Level gekommen Haben wir auch einen schönen Fidelity Stage-Fidelity nochmal gesehen So, meine Damen und Herren Wir haben ja ein Fidelity geschafft Das wär's mit Mortal Kombat 2 Arcade Run bis Level 5 Ja Ich werd's extra so nennen Weil Ey Es geht nicht weiter drüber War's auch vielleicht Level 6 Von mir aus Dann hatte ich Glück Mit Reptile Jedenfalls Ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Bis hierhin Äh Ich werd versuchen Äh Noch das Ending Von Äh Scorpion Hinterzuschneiden Damit wir wenigstens die Wenigstens bisschen die Story noch haben Auf jeden Fall Ja Das war's leider Mit dem Video Es ist einfach viel zu hart Diese CPU Ist einfach Fucking hart Einfach nicht schaffbar Die rätst einfach jeder deiner Inputs Und macht dich kaputt Ab dem Moment Es gibt eine Spielweise Wie man das machen kann Aber Ich bin nicht so geskillt Dass ich das machen kann Sorry Also da Bin ich Äh Nicht gescheit dafür Auf jeden Fall Ja Hinterlasst ein Like da Ein Abo Ringelt die Glocke Ja Mein Gott Wenigstens bisschen Mortal Kombat 2 Und Ja Ich würd sagen Ich bin die Kay des Game Stage 5 Und wir sehen uns dann Im nächsten Week of Week of Mortal Kombat 2 Wenn es heißt Mit Subby Sub-Zero Wenn wir in den Ring steigen Alles klar Ich bin die Kay des Game Stage 5 Auf einmal Und Bis zum nächsten Mal Ich bin die Ich bin die Untertitelung des ZDF für funk, 2017